tut das so was hin das ist ja ekelhaft warum geht's nicht weiter doch da war die sei schon gestört wo ist die hast du jetzt kurz zeit ja ich hab dir immer noch was wichtiges zu sagen scheiß über die waffe einstecken machte man ich weiß nicht wie ich sagen soll wir sind schon eine weile zusammen unterwegs und mussten einiges einst du hast meinen rücken frei gehalten und dafür gesorgt dass ich das aber käme schon ich bin überzeugt ich habe mir die ganze zeit über gesagt dass sie mich zumindest ein wenig geliebt haben denn sie haben mich nie rausgeschmissen an meinem 18 geburtstag harte ja so ab hier nochmal gucken leben ist hart mein gott das tut mir alles sehr leid schon gut aber die geschichte geht noch weiter es wäre so leicht meine eltern für meine reizende persönlichkeit verantwortlich zu machen aber das war ich selber ich war fünf jahre bei diesen sklavenhändlern die härtesten fünf jahre meines verdammten lebens zu was sie mich gezwungen haben wie sie mich für ihr vergnügen missbraucht haben mir wird ganz schlecht wenn ich daran denke aber ich nutzte die zeit und habe gelernt ihre eigenen methoden gegen sie anzuwenden ein paar kronkorken aus den taschen eines schlafenden mannes zu stehen ist einfach solange man nicht habgierig wird ich kann nicht fassen dass du das zugelassen hast ich hätte sie alle umgebracht das sagst du so einfach du warst ja nicht dabei du hast ja keine ahnung was ich durchgemacht habe es hat mich all meine geduld gekostet aber nach fünf jahren hatte ich endlich genügend gestohlen um mich freizukaufen doch statt abzuhauen und mein leben in ordnung zu bringen gab ich meiner wut nach und bin nach hause gegangen du kannst dir vorstellen wie erstaunt meine eltern waren als ich ihre tür aufgetreten habe du kannst dir aber nicht vorstellen wie sie ausgesehen haben als als ich meine knarre leer geschossen hatte hast getan was du tun musstest wirklich wenn ich die augen schließe sehe ich nur ihre angstverzerrten gesichter und dann kommen mir viele gedanken und ich verurteile mich selbst und das zerreißt mich verdammt noch mal denkst du dass ich mir den scheiß spritze und mich sinnlos betrinke weil ich ein hartes irisches mädchen bin ich tue es um zu vergessen und mein beschissenes leben weiter zu leben jetzt bist du im bilde jetzt kennst du kate mit all ihren fehlern und schwächen und kannst über sie urteilen ich bin stolz auf dich ich wusste dass es ein wagnis ist dir das alles zu erzählen aber ich hätte nie erwartet dass du stolz auf mich bist ich ich denke dass ich das von dir hören musste danke ich bin immer für dich da kate und nichts was du sagst würde das jemals ändern wie schön dass es so ist wir sind alles voneinander wissen wir hatten hoffentlich ist das wert hoffentlich ist das wert boah unfair korb korb bäh bäh ist hier noch was drin gewesen ist los immer hier runter speicher und dann mach ich mal einen kurzen schnitt und wir sehen es dann beim nächsten mal wieder hier bei followt4 ciao hallo leute es geht weiter mit allen an bord ah nuka cola vermieden war die aaa nuka cola ist ja raus stimmt ja boah ist das lange her dass ich aufgenommen hatte vier wochen schätzungsweise sind hier noch feinde das bestätigt meine antwort danke ich habe mega viel munition ich höre ein zeug das gar nicht da sein ich werde das da jemand da wir spielen ok warte warte ja ich muss auch nader äh oh kopfschuss oder kopfschuss hatte boah also geht ihr ab oder kapp was ist hier jemand mit einem bulldozer durchgefahren wo ist alle da bist hier eigentlich oha ja warte das ist blöd wie ich hier mal erfahrungspunkte abknüpfen sind wir fast lebeinwiesig alter habe ich gerade gesehen also geschafft gehen wir mal auf seite bitte mädchen mädchen meinen kannst du dir auch helfen dabei hier das einzupacken ne was ist es noch eine brotdose dazu oh hallo leute ja stimmt das wollte ich nicht mein sammeln meine hand juckt auf einmal Immer juckt mir irgendwas, weißt du? Später rutscht mir den Arsch. Was macht der Kopf denn da? Ich frage einfach nicht. Der Kopf hat ein eigenes Hobby. Oh, ich hätte sich am Ende noch aufhören. Ach, du krasser Scheiß. Oh, geil. Geh dir ab Border Cup, geh dir ab Border Cup. Ui. Geil. Ui, mach mal ein Foto. Jetzt hab ich auf der Games-Fahrung. Mach mal ein Foto, ja? Ja, danke, Gronkh. Danke, Gronkh. Danke, Gronkh. Danke, du. Arsch. Danke. Nein. Spaß. Kommen die aber zusammenbauen? Ich weiß es nicht. Wir sind ja eigentlich da. Ach, war cool, ja. Fahr ja durch, Gronkh. Ah, wohl nichts gewesen. Ich dich hören. Was sind die? Äh, nichts gewesen. Wir gehen jetzt mal gleich mal hoch. Da haben wir auch noch was. Komm mal her. Komm mal her. Schön rund. Ach, guck mal. Was ist das? Was? Da war noch einer. So. Ach, die haben wir echt. Aber die Granate kann man vielleicht noch mitnehmen. Bluten, bluten, bluten und sterben. Ja, das ist nicht geil. Böse. Der böse Mann da hinten. Oh, nee, Mutant. Der böse Mutantenmann. Komm mal ab, trotzdem. Cool. Ja. Und da scheiß ich drauf. Die Toiletten. Die Toiletten. Die besten da. Kartoffelchips, ja? Was ist das für ein tolfischer Gestank? Oh. Früher oder später, du müssen rauskommen. Die waren wir auch schon, ne? Nein, nein, nein. Wenn du denkst, dass das schlimm ist, solltest du mal die Kerle sehen, die ich im Combat Zone fertig gemacht habe. Ja, ich sag doch nichts, dass das schlimm ist. Komm und raus. Komm und raus aus Versteck. Was hat die Olle, Alter? Mal schon. Ja, mal schon. Was sind denn die Typen? Hier ist auch noch eine Tür. Ah, die waren noch nicht. Mist. Toll. Das sind sie schön. Ah, okay. Hier. Da war's aber. Wo ist der? Geheimverstück. Aber's nicht. Was ist denn das? Oh ja! Ich habe einen Hund. Hey. Oh ja! Was ist das? Ich höre das Zeug, dass gar nicht da sein. Ich was höre. Hey, woher kommt er denn? Hä? Oh! Oh, ein Garten! Hast du noch... Komm. Ah. Ist das ein Witz? Das muss ein Witz sein. Ja. Guck mal, siehst du den Nagel da in dem Sack noch drin, dieser Schweden. War das immer schon alles? Ich glaub es ja. Hier kommt ein Tor. Blutet! Blutet und sterbt! Hä? Mann! Du kämpf, Feigling! Wir spielen, kleiner Mensch! Mann, ey, ich komm nicht hoch. Als wir da nicht gehören haben. Wir spielen,ей Steck auf uns gehören! Also gut! Jetzt macht das richtig Spaß! Lade, 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 ich komm mit mir gar nicht da hoch. Weg, feige Menschen-Sau. Das ist unsichtbar. Kommt da nicht hoch. Keine Ahnung warum. Geh mal hier jetzt gucken. Hier müssen wir eine Karte haben. War mir hier schon? Ich hab keine Ahnung, hier müssen wir schon gewesen sein. So sieht es nämlich aus. Wie geht es raus? Und das hat sich geheimt. Ja. Wo war denn? Ich hab keine Ahnung wie wir noch hochkommen. Ich versuch's nochmal. Habe ich da irgendwas vergessen? Ich möchte alles mitnehmen. Das Geräusch da. Das Geräusch da. Was das sein? So wie geht es denn hier noch hoch? Krass. Ah, nichts gewesen. Vielleicht von hier irgendwo. Oh, vergessen. Ich bin jetzt auch hoch. Hä? Mit dem Fahrstuhl? Aber hier. Ich fühl's dich eben so richtig schnell. Ja. Ja. Er ist kaputt. Ah, warte mal. Kann man den irgendwie rufen. Kann man den irgendwie rufen? Ich kann ihn nur schließen. Ich kann ihn nur schließen. Ah. Toll. Jetzt auch hier raus. Wir haben's geschafft. Das ist nicht so etwas hilfreich sein könnte. Jemand da? Da ist mir hier immer. Oh. Kino sei. Krass. Schlüsse. Ist er Besitzer oder was? Das Haus ist. Oh. 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 Das qualmt dabei. Ah ne. Ah. Das ist eine Schule. Ist ja aus dem Kino. Kino. Hat dann hier alles hier versteckt. Aha. Ah. Zigaretten. Die Traugenwies waren eben auch da. Die Cola. Das war hier. Aber wir sind in der Schule. Okay. Oder irgendwas lernhaftes. Sind wir hier eine Uni. Oder sonstiges. Äh. Hier geht's so. Wo ist das? Die waren wir auch noch nicht. Die waren wir auch noch nicht. Wir haben ja eigentlich schon. Ersatz. Aber versperren können wir es trotzdem mal. Ja. Wenn ich es schaffe. Wenn ich es schaffe. Ja. Ja. Ging doch ne. Arling Glass. Ich hätte das bericht. Nee. Nee. Schöne Texturen. Alter. Oha. Ja. Ja. Spielezeit. Oder irgendwas spielt mit uns. Weiß. Hier drüben. Hier. Ja. Okay. Sie ist beschäft. Wahrscheinlich hatte sie sich im Spiegel gesehen und hatte. Spielezeit. Oha. Da ist der Gegner. Boah. Bin ich fies, Alter. Nein. Ich schütter nicht. So. Was haben wir denn hier? Besonderes. Arschblutung Nix, ich hab nix gemacht Ich hab auch nix gehört Hast du denn eine Penge genommen oder was? So Ja Ah ist ja nichts drinnen Raketen waren aber dünn So, der war Ja, mich auch Guten Tag Ich komm nicht, äh was ist der Vaust? Äh, Mädchen Ich schneide ihm mal ein paar Beuzeln, aber tätowier ihn mal ein bisschen, immer gut, schon mal alles. Rücktrittsschein. Ja, weg. Warn. Bomber sind auf dem Weg. Gehen den Luftschutzkeller. Wir sehen uns auf der anderen Seite. Tom. Timmel ist Präsidenten. Kalender. Hm? Safe-Steuerung? Isn't safe. Wo denn? Hm. Ah, hier. Okay. Haben wir ja viel mitgenommen. Ah, für unsere Super-Unternehmen haben wir auch was. Ach, die steht da auch. Ich guck mich so hot an. Das sieht auch geil aus. Wilzen. Nur von Wilzen. Ich hab gesehen, wie Betrunkene im Combat-Sun alles vollgekotzt haben. Aber hier ist es noch schlimmer. Liegt ein Ball. Oder? Ne, ein wenig weiter. Warte. Wurde so die Mühe. Ist doch Müll. Ich würd wegwerfen. Das war schon mitgeworfen. Und dann müssen wir ja wegschmeißen, wenn ich es sage. Hey. Hey. Warum ist denn auf einmal rausgescoot? Wurde so nicht gemacht. Selbstständigung. Oh, cool. Dann haben wir jetzt alles. Ja. Wir haben alles. Wir könnten hier raus. Was? Ja. Egal. Gehen wir da raus. So. Ach, halt. Das ist ein ganz normaler. Ich komm, sie sind nicht so schwach. Wer spricht denn da. Schupt性. Nice. Hmhm. Das ist ihr Lagerfeuer. Okay, wir können leider nichts daraus machen. Und hier noch ein paar Tonnen, cool. So, wir müssen... Ah, das haben wir jetzt auch, gut. Hier müssen wir irgendwo hin, als nächstes. Hier ist es, oder? Weil hier war irgendwo ein Haus, hier. Keine Ahnung. Da lang. Komm, was mit, ne? Ähm, hey. Wie ist denn da? Keine Ahnung, warum da so bekloppt ist der Fall. Warte, ich mach den nochmal weg. Und nochmal hin. Ja. Ah, muss das irgendwie draußen haben. Raus haben. Die Scheiße. Hier tue ich da durch. Guten Tag, Skelett. Hopp, 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 hopp. Da tue ich alles respawned. Ja, hier auch alles respawned. schätzungsweise ich weiß nicht ich habe heute mal übersehen aber spieler und spieler das wollten wir schon mal suchen jetzt haben wir nicht gefunden speichern weil hinten sind leute da haben wir einiges aber hier sollte auch eigentlich was sein das ist ein polizei gewirr ja warum kann man eigentlich so schwimmen das ist ein zeppelin da müssen wir auch immer mal hin wenn es geht so können wir jetzt auch nicht fliegen die plant schon im wasser hat sich schon verarscht ja mal runter schön ein delphin oder was ist das so so ein nebengebäude das kein wichtiges markiert ist aber so ein never gebäude was niemals markiert werden kann die schanker kurzer weg die war zwei personen mann und weib a man a woman ich spreche mal vor hier ja fast fangen wir hier mit an würde ich mal sagen hier ganz am äußerten arbeiten wir uns die sachen lang ich habe keinen bock auf die das ist ein eierlöchst was soll ich da bis hier Gwyneth Brauerei da fliegt das Gesicht weg okay 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 hey oder wer bist du oh meine Patronen ja wer kommen denn da hin so so nein die Bruderschaft ist wieder da wieder da wieder da wieder da die Bruderschaft ist wieder da wieder da da ich hoffe wir kommen jetzt sicher durch so so like a pro ist also auch super mutanten mein gott ist kein ort ohne super mutanten was hast du denn alles gut da ist doch keiner was machst du wieso wird das hat sicher wehgetan was hast du denn ist ja hier ist Pistol. Nein. Snakes. S-N-A-K-E-S. Nein. S-N-A-K-E-S. S-N-A. Nein. S-N-A-K-E-S. Nein. S-N-A-K-E-S. S-N-A-K-E-S. Was ist das denn ein Ausstempel? Wett? Fehler. Fehler. Tür Tür Tür. Woher muss die Armen? Die Gründete Brauerei. Gibt es manche Schlauerei? So, Tür zu öffnen. Tür zu öffnen. Ladies first, ah wir sind auch selber an der Lady Bin ich so Geist mir zu schön Gewündelflaschen Das ist Alkohol Schöpfer Diamonds zu geben Ah, besser mal hier also Hammer, andere Waffe Die hier Ah, neger Die kommt durch die Zutze Zau uns ab Da kommen die Schreien Da passen wir jedenfalls nicht durch Wow, was zum Teufel Ach krass, weil die Ballon sagt hier Gleich mal hängen Zack, 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 zack Verdammt nochmal, ja So Wo geht's hier an? Wo geht's hier an? Wo geht's hier an? Was ist das? Ja 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 Das ist es Ja das war erledigt was ist taktik stauz alter wo war denn ein piegel das ist unsichtbar was ist das denn und hier geht's wieder raus ich bin ja nach unten und guck mal hier lang hier ist er guten tag guten tag bämm ey ey nicht wieder in den luten das ist hier lang nein nein das wollte ich doch nicht ich bin wieder raus oh hallo ja 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 ja